Warte, so, dann ziehen wir runter. Drei, zwei, eins, go. Arne, los, raus da. Hopp, 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 hopp. Da ist ne, ist das doch keine Leiter, Junge, oder? Nein, warum kommen wir nicht raus? Ja, selber schuld. Ja, wieso kommen die nicht raus? Weil eben noch, ja, jetzt hat Arne einen Stein abgebaut. So, jetzt kommt ihr raus, sehr schön. Ach so, das Wasser, dann sag das doch. Ich trau mich da nicht reinzuspringen. Oh, ihr seid doch, ja, wir werden da schon Wasser hinmachen, damit ihr nicht sterbt am Anfang. Wäre ziemlich dumm, wenn ihr direkt am Anfang sterbt. Wo bist du? Vor dir. Warte mal, stopp, wir wollen noch unterschiedliche Skype-Konfigen. Stimmt. Ja, ihr gehen raus, wir bleiben. Lass mal kurz, ja, warte mal. Aber, ja, sonst, ja. Bitte jetzt nicht wegen, ach egal, wir machen euch sowieso fertig. Wenn die Tötungsphase beginnt, machen wir das. Jetzt mal anfangen, ist erstmal über. Arne, ey, wo bist du? Leon, bau du schon mal Holz ab. Hier bin ich. Lennart, ich mach mal kurz, mach mal kurz ein Skype-Konfig, ist das? Da bist du. So, und jetzt, wir müssen auch Holz bauen. Wollt ihr das schon hier machen, oder wollen wir woanders? Ey, ihr müsst euch gleich anrufen, ne? Ähm, daka, ja. Lennart? Ja, ich hab schon Holz abgebaut, komm mal schnell her. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ja, hinter dem, ich tippe dich her, komm. Wo, nein, ich tippe mich nicht, wo bist du? Hinter dem Hügel, du weißt doch wo. Hinter welchem Hügel? Ja, da hinten, wo, warte, ich bin, Leute, ich bin ins Wasser gefallen. Ich hab Leben vor, Leute, ich bin gleich tot. Aber wieso bist du ins Wasser gefallen? Ja, weil, ja, das Wasser war nur ein Tief. So, wo bist du jetzt? Hinter welchem Hügel? Ganz oben? Achso, ich seh dich, ich seh dich, bleib stehen, bleib stehen, wir müssen zusammenbleiben. So, Holz abbauen. Hab ich, ich, ich baue sofort eine Workbench, dann können wir uns da sofort reingraben. Ja, ich baue auch erst, ja, baue erstmal eine Holzschaufe, auch wenn es nur wirklich ist, scheiß drauf. So, ich baue ein bisschen Holz ab. Wo, 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 wo wollten wir rein? Ah, hier ist der Knopf, hier wollten wir rein. Der Knopf? Ja, baue, wir bauen... Ja, da ist Kohle, da ist Kohle, wo wir rein wollten. Wir bauen uns oben rein, hä? Nein, wir bauen uns hier unten rein, das ist sicherer. Ja, wir können die Spiele noch ausbauen. Aber... Das ist Kohle, Leon. Ja. Also, wir dürfen unseren Namen nicht sehen, was, wenn die jetzt auch zu uns kommen? Das wäre irgendwie voll fail. Dann würden wir sie schnell töten. Ja, stimmt. Leute, das ist Kohle, wie viel Lack wir haben. Alter, warum wollten wir uns hier reinbauen, das wollten wir doch gar nicht. Weil die Kohle ist. Ja, gerne, bauen wir uns so hoch, durch Löchern so den ganzen Berg. Nein, nein. Ich baue die Wolken manchmal ab, wir bauen hier drinnen Löchchen. Hier ist auch Eisen. Ja, komm, baue erstmal ein bisschen, ja, gut. Eisen, Leute. Ich seh ihre Namen, ich seh ihre Namen. Wo, wo, wo? Aber die sind in unserem Berg. Diese Wichser sind in unserem Berg. Wir bauen hier das ab, dann gehen wir woanders hin, okay? Nein, das, ich war hier auf diesem Berg, das haben wir schon geplant. Ja, dann gehen wir woanders hin. Nein, ich will hier in diesen scheiß Berg rein, okay? Ja, dann gehen wir richtig tief, okay? Ja, wir graben uns einfach erstmal ein bisschen nach unten. Aua. Das war dumm, aber egal. Ich seh ihre Namen, immer sneak drücken. Ja, ich weiß, ich sneak die ganze Zeit schon, du nicht. Sneaker. Oh, falsch, das bin. Das Problem ist, ich hab ein kleines Schild, ich kann ranzoomen, ich kann sie ausspionieren. Leon, 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 hol, baue schon mal hier, baue schon mal ne... Gib mir mal zwei, gib mir mal zwei Drecken, dann kann ich das schon mal zubauen. Damit, damit wir nicht auffallen. Sind da hinten. Ich geh nachher ausspionieren, hier nicht. Wir haben zwar keine Fackeln, aber doch, ich kann, ich baue erstmal ne Fackel. Ja, geh erstmal draußen Holz hacken. Ich grab mich zu denen. Ne, den mach ich nicht. Grab dich nicht zu denen, grab uns, grab uns mal die andere Richtung erstmal. Wir können hier später vielleicht noch so... Hier ist erstmal ne Fackel. Ich baue mir erstmal ein paar Sticks, weil, keine Ahnung, was mach ich denn hier jetzt? Ja, das Problem ist, wenn wir sterben, sind wir am Spawn. Stimmt. Wenn wir sterben, sind wir am Spawn. Sie kommen her, sie kommen her. Rück Sneak! Ich sneak. Wo sind sie? Die brauchen ein Schwert, hast du Holz. Wo sind die, Mann? Ja, aber ich glaub, wenn ich an die World Cup spiele, sneake ich nicht mehr. Egal. Die sind heilig. Jetzt sneake ich mir, scheiße, ich sneak nicht mehr, ich sneak nicht mehr. Ich baue zwei Schwerte. Heilig, heilig. Sneak, sneak, sneak. Scheiße, ich hab noch eins gebaut erstmal. Egal. Die sind da, fuck. Welches ist bloß ein bisschen schneller, wir haben Craft, ne? Welches hätten wir auch gewonnen. So. Hier hast du erstmal ein Schwert. Leute, scheiße, Inventar, scheiße Inventar fällt so. Jetzt sneaken, 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 oh mein Gott. Alter, 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 alter. Wo sind die jetzt? Guck mal nach ihren Namen. Fade, wie lang. Riechen bitte fürs Fliegen. Lol, lol, warte, da, da. Der ist ja direkt neben uns. Was machen die auf unserer scheiß Insel? Dieser Wichser. Lol. Zählst du das Kill für uns? Ich habe schnell das Eisen abgebaut, ne? Ja, ich baue mal ein bisschen tiefer. Komm, wir bauen uns hier weg. Was? Ja, wir können das ganze Ding unter... Nicht, dass die irgendwann zufällig darauf stoßen, das wäre ziemlich dumm. Ich baue mal von denen weg, ne, dass sie einen Fluchttunnel haben, die ihn dann zubauen können, dann können sie sich mir folgen. Ja, also ich baue sich die Workmash abbauen, ja, mach ich mal. So. Eigentlich haben wir hier schon gewonnen, weil wir... Soll ich das mal alles dazu bauen? Bauen wir uns ganz provisional mit Cobblestone erstmal zu. Lass mich mal sneaken. Ja, wir können nicht die ganze Zeit sneaken, das können wir sowieso nicht machen. Leute, er baut sich hier direkt neben uns. Guck mal hier. Scheiße, er baut sich... Geh weg, geh weg, geh doch da weg. Ich muss... Warte, warte, ich gebe dir Cobblestone. Ich habe noch Cobblestone sogar. Aber sneak dich, Alter. Sneak jetzt weg, ey. Aber ich habe die Fackel da gelassen. Bauen wir ab, bauen wir ab. Ich habe deine Fackel gelassen. Hast du die abgebaut, die hast du nicht, ne? Nee. Bauen wir hier so einen kleinen Durchgang, dass ich da längst hingehen kann. Die dürfen hier unsere Fackel sehen. Kohle, Kohle, Kohle. Na, scheiß auf die Fackel. Alter, warum geht ihr von... Ach man, das ärgert mich gerade richtig, dass sie auf unsere Insel gehen ist. Ich glaube, ich habe die schon wieder geschlagen. Achso, reno, so nah. Ich spiele eben nicht bei denen mit. Alter, das ist ja mal richtig... Ich habe Creeper-Schaden noch raus, aber auch egal. Ist egal. Leute, wieso habe ich das Item geöffnet? Alter, das... Egal, ne, wir bauen uns auch in den Berg rein, mir ist das scheißegal. Nein, 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 ich war eigentlich so ein gutes Versteck. Wir haben gerade diesen See gefunden. Ja, aber ich will nicht auf die Drecks. Ich will auf den coolen Berg. Wieso, da haben wir mehr Deckung. Und dann wissen wir schon mal, wo die sind. Die wissen nicht, wo wir sind. Ich glaube, bestimmt haben wir das auch schon gesehen. Wir hätten da natürlich rausgehen können, weil wir schon ein Schwert haben. Ne, stimmt. Einen können wir schon fünfmal töten, ne, einmal töten können. Wo bauen wir sie hin? Ja, grabe einfach mal hier, hier so geradeaus weiter. Dann können wir... Ich weiß, wo wir hier hinkommen. Ja, stimmt. Ja, dann kommen wir noch zur anderen Insel. Hier ist ein Cave. Scheiße. Ja, ein Cave ist gut oder schlecht. Wir können sterben. Gut, 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 gut. Wir können sterben. Hier geht's raus, hier geht's raus. Oh, du brauchst mir die Kohle auch. Ich will nicht... Erst mal Licht. Wie, du kannst doch was sehen. Also ich sehe es perfekt. So. Warte mal, du kriegst auch eine Spitzhack. Echt? Cool. Aber lass mir die Fakke erstmal wieder mitnehmen. Wir haben... Na doch, eigentlich haben wir nur Kohle. Aber wollen wir... Wir gehen hier noch nicht raus, ne? Wir graben uns erstmal unterdurch ein bisschen weiter. Aber hier kommen wir irgendwo raus. Ja, aber wir graben uns unterdurch weiter, sicherer. Und dann haben wir gleich schon mal ein bisschen Cobblestone für eine kleine Base. Neul weg. Ja, wollen wir jetzt hier Rohstoffe sammeln gehen oder wollen wir uns weitergraben? Und weitergraben. Wir müssen hier irgendwo den Rausweg bringen. Ich will raus. Ich will raus. Ich will so schnell wie möglich eine Base bauen. Ja, aber wir sind noch direkt auf unserer Insel. Wir müssen noch ein bisschen weitergraben. Wir sind ja jetzt noch direkt... Fast direkt an den Berg. Lass uns noch ein bisschen in die Richtung graben. Oh, Alter. Alter, ich töte dich noch. Du willst rausgehen und hier geht's raus. Ich will nicht raus. Da sind wir... Kann sein, dass wir... Ne, hier ist Sandstone. Ah, hier sind wir noch direkt von dem Berg. Von hier können sie uns sehen. Das ist kacke. Lass wir weitergraben. Nein, hier ist Wasser, oder? Ne. Was ist da? Ne, das ist kein Wasser. Das ist mir zu unsicher. Guck mal, der ist direkt hinter uns, der Typ. Wenn du jetzt hier rausgehst, dann sterben wir. Also, wir sterben nicht, aber weißt du, wo wir sind. Lennart, guck mal hier. Wir sind nicht direkt hinter uns. Ne, guck doch mal, wo sein Name ist. Der ist direkt hinter uns. Wir sind auf der anderen Inselseite, Junge. Trotzdem, ich sehe seinen Namen ziemlich deutlich. Ich bin schon lange weg. Ja, ich sehe es. Hier ist schnell ein Dschungel, da sind wir erstmal ein bisschen sicher. Hier ist das offene Feld, das ist ein bisschen unsicher. Schlachte Kühe unterwegs. Ja, scheiß drauf, einfach geschlachten. Es soll doch mindestens zwei überbleiben, wenn wir zum Züchten. Nein, 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 wir züchten nicht, wir sammeln und wir machen Brot. Das Problem ist, jetzt kommen nämlich Mobs und jetzt sind wir richtig im Arsch. Ja, lass erstmal da unten, da unten einen kleinen Dreckhülle graben, ganz schnell. Erstmal so provisorisch, wir können es auch umgraben. Wir sind Mobs, den töten wir. Ne, pass auf, ey. Ja, hilf mir doch. Ich bin doch unterwegs. Ich bin doch unterwegs. Alter, ich bin unterwegs. Kannst du mich nicht heilen? Ne, ich schieb ja nicht, das ist geil. Hier liegt ein Ei, das war ich mal auf. Jetzt grab einfach da schnell rein oder so. Mir ist scheißegal, wo wir gerade sind. Kommst du? Ja, komm, grab schnell. Und dann mach von hinten erstmal zu. Bin drin, kommst du auch? Mach zu. Mach du zu. Ich hab keinen Dreck. Dann lass mich vor. Die hast du eingesammelt. So. Ich baue jetzt hier drin eine Fackel hin. Geil. Alter, das war für mich. Jetzt können wir in Ruhe graben erstmal. Ich hab auch eine Spitzhacke. Wir brauchen nur leider Holz. Ja, ich hab noch 6 Holz, aber sonst gehen wir gleich ein bisschen farmen. Aber lass erstmal ein bisschen weitergraben. Mir ist hier direkt neben denen zu unsicher. Nein, nichts gibt. Hä? Lol, nein. Ja, das erste Time Day sofort wieder gemacht wird. Nein, das ist kacke. Was hast du mit auf? Achso. Warum hast du mit Cobblins hinzugebaut? Wir haben keinen anderen Stein. Du hast doch eben Dreck abgebaut, als du da reingegangen bist. Oh, mal. Achso, dahinter ist Dreck. Achso, gut, gut, gut. Ich dachte schon. Nein, nein. Das ist ja okay. Wir können ja so eine Dreifachung bauen. Ja, ist sicherer. Ich sehe deren Namen nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Wir sind jetzt ein bisschen weiter weg, glaube ich. Ja. Wir könnten jetzt einen Darkroom bauen. In dem kann man die Namen dabei gut sehen. Dann sehen wir immer, wo sie sind. Ja, wir bauen hier. Ach, coole. Oh, cool. Wir brauchen aber Holz. Oh, meine Spitzhack ist kaputt. Ja, ich baue erstmal hier die Workbench hin. Wollen wir, ich baue hier noch ein bisschen weiter zu. Dann haben wir hier so ein bisschen, ich will nicht so direkt am Ausgang sein. Obwohl eigentlich, ne, das ist ja kacke, wenn wir da. Ne, das ist schon gut. Ich baue die Fakke aber da, dann haben wir ja so. Oh, hier ist so eine Treppe runter, okay? Ja, genau. Dann wird das hier nur so vor Raum, dann geht es noch ein bisschen weiter runter. Ja, bitte hier auch mal. Dann wird das hier so.